Arbeitsweise eines Saugmotors Um zu verstehen, wie man die Leistung eines Motors optimieren kann, soll als erstes die Arbeitsweise eines Verbrennungsmotors betrachtet werden. Die meisten PKWs und Nutzfahrzeuge werden heute von Viertakt-Hubkolbenmotoren angetrieben. Ein Arbeitsspiel umfasst dabei vier Takte, die während zweier Kurbelwellenumdrehungen ablaufen. In der Animation zeigen wir Ihnen die vier Arbeitstakte Ansaugen, Verdichten, Expandieren und Ausschieben. Erster Takt Ansaugen Bei Otto-Motoren wird das Luftkraftstoffgemisch während des Ansaugens als Gemisch in den Zylinder geleitet. Bei direkt eingespritzten Motoren, wie dem hier gezeigten, erfolgt die Kraftstoffzufuhr durch direkte Einspritzung in den Brennraum. Auch beim Dieselmotor wird lediglich Luft angesaugt. Die Luft wird durch die Kolbenabwärtsbewegung durch das zunächst geöffnete Einlassventil angesaugt. Am Ende des Ansaugtaktes ist der Kolben in der unteren Position und in der Zylinderkammer befindet sich die angesaugte Luft. Beide Ventile sind jetzt geschlossen. Zweiter Takt Verdichten Durch den Weiterlauf der Kurbel wird der Kolben wieder nach oben gedrückt und dabei die Luft im Zylinder verdichtet. Dritter Takt Expandieren Der Kraftstoff wird unter Druck in die Brennkammer eingespritzt. Beim Benzinmotor wird die Verbrennung des Luft-Benzin-Gemisches durch den Zündfunken der Zündkerze eingeleitet. Beim Dieselmotor erfolgt eine Selbstzündung während der direkten Kraftstoffeinspritzung. Die explosionsartige Verbrennung treibt den Kolben nach unten. Der dritte Takt ist der Arbeitstakt des Motors. Vierter Takt Ausschieben Das Auslassventil öffnet Die Kolbenaufwärtsbewegung schiebt die Abgase nach außen. Jetzt wiederholt sich das Arbeitsspiel. Der Motor läuft. Wie K μ'n neu führst du in die Zukunft? Aufsdahalung Von Baud Das Auslass nose Das Auslass Du wirstif sub 10OT Was klar Was 하면 Du wirst Eine